Muss ich da eh drücken? So, jetzt. Da hinten fliegt das nächste. Ey, was sind denn das? Nein, nicht ernten. Das wollte ich nicht. Das nervt. Also, nicht überfeldern. Nicht überfeldern. Ich hänge hier irgendwo fest. Dieses Hinterhergerenne ist mir jetzt gerade zu doof. Ich war hier irgendwo stehen geblieben. Ich muss mal Energie sammeln, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich nehme doch lieber die, die sich nicht bewegen. So, dann habe ich, glaube ich, jetzt noch mal ein paar neue Früchte und so. Äh, also, das ist das, was... Warum ist denn das so komisch? So blass? Also, das sind die Sachen, die ich geerntet habe. Das war die Ananas. Die ist neu. Der Kohl. Die roten Linsen und die Rüben. Das sind die geerntet... Hä? Sehr komisch. Ähm. Ich weiß nicht, wofür ich die Blumen brauche. Warum da ein Questzeichen dran ist. Habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt. So, äh... Dich und dich. Und... Was hatte ich jetzt noch in der Tasche? Kupfer. Kupfer, so. Ich brauche schon wieder Quarz. Keine Ahnung, ich habe alles nur das in die Tasche gepackt, wo ich weiß, dass ich das brauche. So. Jawohl. Ah, mache ein Foto. Das geht ja leicht. Einfach mal ein Foto machen für 50. Okay. Habe eine tägliche Diskussion. Das können wir auch gerade machen. Äh, jawohl. Naja. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel reden. Äh, nur kurz. Ich will jetzt Punkte sammeln. Bauer 5 Gemüse. Bauer 5 Salat. Okay. Gut, dann machen wir erst mal jetzt aber wirklich. Ich. Ich. Nee, die renne ich jetzt nicht hinterher. Das war ein großer, ne? Ja, das war ein großer. Ich nehme lieber das, was hier liegt. Ja. Okay, das ist noch in Englisch. Das ist groß, das ist groß. Hier ist noch kleiner. So, ich wollte ja erst mal den Teleporter aktivieren. Da ist er. Und Gofis Laden. Da kann ich dann gleich hier Felder machen. Ja, ja. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Dann haben wir hier neue Blümchen. Kann ich mit dir was machen? Okay. Ich kann hier die Kakteen aufnehmen. Okay, das ist hier sowas wie Blumen. Okay, alles klar. Hier ist richtig viel. So, dann habe ich noch mal Samen. Die Dünen, da kommt man nicht drüber. Kann ich die Dünen irgendwann mal abbauen? Oder sind die halt... Weil dann kann ich hier ja gar keine... Ja, okay. Ich kann die Felder direkt am... Ja, das geht hier schon irgendwie. Da kann ich den Stand und den Boden vielleicht versetzen. So ein bisschen nach vorne. Und dann kriege ich hier die Felder hin. Wir gucken gleich mal, was es überhaupt... Wie viele es hier gibt. Was ist denn das? Aloe Vera oder sowas? Was ist denn das? Ja. Genau, dann packe ich das da zwischen die Dünen irgendwo. Dann kriege ich hier die Felder schon hier in die Ecke. Ach, Agaren. 2000 haben wir wieder. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Ich sage dir, ich renne hier nicht hinterher. Mir ist zu doof. Sein gegrüßt, Nachbar. Brokkoli, Mais. Mais haben wir ja schon. Hallo. Hey. Das sind Melonen. Ach, die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Das sind auch vier, so wie es aussieht. Na, wie geht's? Kaufen. Was ist denn das? Flötenwurzell... Wurzellensaam? Also, dann kaufen wir 31. Was ist das? Bohnen? Das muss... Bin ich gerade mal überlegen. Weil das hier irgendwie alles gleich aussieht. Das andere waren Linsen, ne? Und jetzt Melonen. Da habe ich schon welche in der Tasche. Da brauche ich dann nur 27. Und Brokkoli. Weil Chili und Dings haben wir ja. Das ist hier wirklich überall vier. Das gibt alle schönen Pünktchen. So, warte. Jetzt mal gucken. Ja. Ich kann ja auch mal gucken. Das waren Linsen, genau. Hier Bohnen, die hatte ich noch nicht. Da, drei. Kaktusbären, die müssen ja auch irgendwo sein. Und Melonen. Traummango. Fleisch? Okay. Siehste, Paprikapulver kann ich nämlich nur nicht machen. Das wollte der... Oder habe ich nur nicht gefunden. Wollte der Dingensier haben. Ah, gucke mal hier. Wir gucken uns ja hier aber erstmal weiter um, bevor ich hier Feld mache. Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also geht niemals auf. Die kann ich noch nicht. Da baue ich erst Erweiterung. So, ihr seid die Bäume der Wüste. Okay. Gibt es hier in der Wüste was anderes? Ne, auch Kupfer. Okay. Ach ja, Ursula. Dich machen wir gleich, wenn ich hier alles eingesammelt habe, in der Umgebung. Aber... So, wie war das jetzt hier? Einmal... Und dann hier... Jawohl. Jawohl. Okay, äh, da. Kannst du mal aus dem Weg gehen, Merlin? Äh, so, das war's. Tung, tung. 6.000 So, hier habe ich alles sauber, ne? Angelegt noch ein Zettel. Jawohl. Konnte er das tun? Ausgerechnet mir. Diesem Dürren steht eine böse Überraschung. Da fehlt ein C, alles klar. Gaston Starro. Ach der, der busselt ja hier auch noch irgendwo rum. So. Einmal mitkommen. So. Nein, ich will, nein, ich will nicht, nein, nein, nein. Ich wollte die ernten hier. So. Da war eine Schlange. Ich vermute mal, das sind die Tiere hier, die man füttern kann. Der ist groß. 6.000 Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist auch noch was. Sieht aus, als ob ich feststecke. Niemand beherrscht. Mein Gott, das ist aber schlecht übersetzt. Behirscht die Natur, wie ich mit etwas. Ich komme schon alle. Oder ist das vielleicht extra so komisch? So, da ist noch ein Zettel. Mir ist so langweilig. Ich würde sogar ein Buch lesen. Gaston Tagebuch. Ach so, der Herr ist der Rechtschreibung. Ja, ja, das ist ja, ja, okay, er ist da. Selbstgemachter Kleber, nehme ich doch mit. Und ich nehme auch die Truhe mit, da kannst du aber einen drauf lassen. Hallo? Ich würde gerne... Ich komme hier gar nicht weiter. Schade. Ich komme da gar nicht hin, um die Truhe mitzunehmen. Weil die eine Truhe, die habe ich ja auch eingesteckt gehabt. Ne, ich kann das gar nicht anklicken. Na, okay, dann nicht. Dann lassen wir sie mal hier stehen. Schade. Hätte ich mir Material gespart. So, ansonsten ist hier nichts. Ach so, da kann ich kochen. Will ich aber nicht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich weiß nicht, ob hier neue drin sind. Nee. Bin gleich schon wieder voll. Meine Sammelwut hier. Es wird Zeit, dass Ursula die Sache in die Eigenschaft anzieht. Das Blümchen noch. Da ist Gaston. So, hier will ich aber keinen Fisch draus essen aus dem Schlamm, muss ich sagen. Leicht sitze ich hier fest ohne Le Faux. Das würde mich nicht aufhalten, dem besten Herrscher von Gastonia. Aufheben. So, was kostet das hier? 4.000. Ach ja, Gaston. Ich habe überhaupt keinen Bock, mit dem Angeber zu sprechen. Mit dem, ach, wie toll ich doch bin. Oh, oh. Ah, die Hellbilder? Okay. So, so durstig. Du, Riesenkrug mit Wasser, komm her. Du bist sehr dehydriert. Ich hoffe, das heißt umwerfend gut aussehend. Entspann dich, okay? Mein Name ist Pitti. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist echt? Ha? Du bist echt? Warte, ich brauche keine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe. Und ich helfe nur für Wasser oder Juwelen. Dieser seltsame Täuschungszauberer braucht ein Juwel. Juwel? Gaston, ich bin auf der Suche nach etwas, das sich Juwel der Zeit nennt. Weißt du, wo es ist? Nein. Oder vielleicht, ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass die Antwort auf dem Grund eines kalten, erfrischenden Getränks liegt. Gaston, ich weiß, dass du durst. Ich weiß, dass du durst hast und ich werde dir helfen, aber ich brauche auch deine Hilfe. Die ganze Insel der Ewigkeit steht auf dem Spiel. Du musst dich zusammenreißen. Erbsen? Zuckererbsen? Oh, ich würde auf der Stelle Gemüse essen. Nicht zwölf Dutzend Eier? Gemüse? Wie lange bist du schon hier draußen? Ich kann nicht reden. Zu ausgedörrt. Ich werde immer schwächer. Wenn ich nur ein paar von diesen grünen Stachelblättern hätte. Du weißt schon, leckerer als ein Kaktus und genauso voll mit Wasser. Du meinst Agaven. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Gaston. Oh, und zum Abschluss des Gerichts. Eine dieser protzenen, spinnartigen Kreaturen, die im Treizand leben. Und diese kleinen, braunen, süßen Rosin-Dinger. Okay, ganz klar. Ich muss dir zuerst helfen, wenn ich das Juwel der Zeit finden will. Ich komme gleich mit dem Essen zurück, das du dir gewünscht hast. Halte durch. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen. Wahre Liebe. Macht ist der einzige Schlüssel zum Waren. Ich glaube, ich muss da lang. In diesem Gebiet gibt es keine Schätze mehr. Okay. Ich muss hier noch total viel freischalten, wenn das... Okay, das dauert also wirklich noch ewig. So, dann machen wir jetzt noch mal ganz kurz zumindest eins von vier Feldern. Dass das schon mal wachsen kann. Also, wie gesagt, ich werde den Teleporter mal ein bisschen verschieben. Weil hier ist ja auch die Düne im Weg und das Ding kann ich ja auch noch nicht wegmachen. So, warte mal. Aber hier müssten die Felder eigentlich hinpassen. So, dann kommst du erst mal hier hin. Kann ich Jaffas-Dingen auch? Nee, kann ich nicht. So, warte mal. Dann lass mal gucken, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Wo können wir denn... ... So, dann lass mal gucken, ob wir das hier irgendwie hinkriegen.